als ich komme meine Freunde zum vierten Anlauf von Ender Games Fick dich mal dann mal werden alles schon scheiß Premium gekickt nicht in die Premium aber pass mal auf nicht immer voll selber gehen ja geh doch einfach in die scheiß Premium Lobby was soll das für ein Sprung alter wow Baba ich seh dich ich seh dich du bist aber Bosshaft Bosshaft mit den Anfangsklitzel spielen Bosshaft was auch was noch gemacht und schief sag ich doch nicht das ist passiert das ist ein Verstand und die zu einem Geheimweg gibt es noch weiter die Rechte Loll ich glaube das muss man mit Armin Weizen die Arbeit sind die Orte und nicht gekriegt kann geile so war so kann das ist wer will team niemand niemand ich hab auch niemand wer will team niemand am anfang fallen ich gleich runter ich war bei mir auch mal so voller bach ja okay okay wie schnell kann der die Kisten looten alter der hat die vier Eisen so schnell geschnappt die konnte ich gar nicht sehen da waren gar keine vier Eisen drin also okay die hab ich jetzt grad richtig scheiße gelutet und gespielt zwei Sekunden ja ach so ja vergisst das wir aufnehmen wahrscheinlich so ich bin grad nicht was anderes verzweifelt verzweifelt ne nicht verzweifelt du weißt ja was du sagst ja ja das erzähl mir gleich was ich grad hier in der Zeit mache ja das ist nämlich auch hierfür ja ja ich hab Eisen ich hab Eisen ich hab Eisen in der Perle in der Perle in der Perle TNT okay jetzt muss ich das erstmal hier abbauen komm schon gib mir Holz ich wollte schnell craften Achievement zack 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 Oh Gott jetzt muss ich richtig schnell craften das ist auch das älteste 3 und sonst ich könnte mir einen eisenkostplatte machen das mache ich jetzt auch gleich ja, ich wurde genau in den Baum gemacht wie geil nein, ich habe gar nicht genug oh, verdammt ich durb doch ah, ich stöte sterben am Feuerschaden wow, ein Herz überlebt man also seit nach der Runde, was passiert ist oder was ich gerade gemacht habe jetzt gerade noch nicht ich habe kein Essen das ist ein Schüssel scheiße, da kommt gleich der nächste ja, sammels doch auf, du hohen Sohn oh, wir haben es ruhig, du Spasti ja, okay ey, nix gegen meine Abonnenten den Spass ey, deine Abonnenten sind gut ach nee, die sind die besten ja, danke na, Hummus na, Hummus na, Hummus der wollte fallen mal an also, der wollte dich fallen lassen oh, jetzt habe ich keinen Chicken oh, ich habe nur ein Herz ey, die Runde werde ich so voll kacken obwohl, du wirst ja vollkommen bis ins Finale boah, du wirst ja ins Finale kommen bin ich auch noch nie, ne nein, im Finale mit einem Herz kommst boah, das wäre geil das habe ich eh nicht ich tue jetzt die Kuh da ich muss dran glauben Kuh ich mag euch doch, aber ihr müsst weggehen, ihr müsst weggehen oh, fuck, 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 fuck oh, fuck oh, wo ich jetzt überleben nächste Folge ciao, Spaß oh, hau ab hau ab, Junge ich schwöre dir mein Bruder, bitte hau ab geh einfach weg geh einfach weg Junge okay wow, was für ein Skill okay geiler geiler Leute der ist weg ich hab schon wieder mehr Leben ich weiß noch heute in der Schule, das ist mit dem Jellybean ja, alter Leute, ich war heute so in der Schule was ist? ich äh, kenne vielleicht diese Bonbons diese Jellybeans die haben so ein die haben verschiedene Geschmäcke oh, ich hatte einen Piz geschmackt, alter praktisch wie man an einer Pizze schmeckt ja, also, das ist äh, das schmeckt so wie es riecht, sage ich es so richtig eklig, man ey, ja, okay, okay, okay das ist leck nicht das leck nicht leck leck ach, man, verpiss ich doch mach Spaß für der Paar, ey ey warte, du ey wie viel gespür noch auf den Server ja, okay, mit einer Enderperle ich denke, sie stirbt, Junge, stirbt das Chicken ja, jetzt ach, das ist jemand anders, okay jetzt kommt er von hinten jetzt versucht er abzusteuern ey, das ist so ein Kack, man ja die Folge war so scheiße oh, man ja, okay ähm also, jetzt wahrscheinlich kommt noch eine Folge jetzt ja, aber nicht jetzt hinten dran ich nehme gleich noch eine auf also, jetzt ich erzähl ja, also, erzähl mal was ich in der Zeit gerade gemacht habe ja, also mein nie 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 gab Bruder nein hier mein Bruder hier der sitzt neben mir also, nicht mein letzter Bruder aber Brudi alt Brudi ähm hat gerade in der Zeit ein Instagram Account aufgestellt für unseren Abonnenten jo und da seht ihr immer ob ich gerade da mache ich vielleicht mal ein ähm Bild wenn ich gerade am aufnehmen bin und lad das dann auf Instagram hoch also erst wenn er mal keine persönlichen Bilder erst mal kommt vielleicht erst später aber ja noch nicht, jetzt ist es ein bisschen noch zu früh ja noch zu früh heute musst du schon gehen morgen und der Name ist unterstrich jolo lp unterstrich unterstrich jolo lp unterstrich alle die Instagram haben folgt mal bitte muss nicht guckt euch nun mal meine Bären bleibt sie oder ich stirb nicht ich könnte mir folgen müsste aber nicht du hast es gerade nämlich falsch gesagt ja aber es ist ja am schönsten ja es wird die man mir eine neue folge aufnehmen und ja ich würde mich über ein abo freuen oder ein like vom video oder ein commentary also wir haben schon drei bilder also ja wir haben schon drei bilder hochgeladen also nicht ich sondern er hier mein kollege ja und ja ich sag dann auch ciao und bis zum nächsten mal